Nächste Frage, wer von euch hat uns schon mal live gesehen? Schön, 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 schön. Ja, hat sich eben angesprochen gefühlt, als ich gesagt habe, kommt mal da in den Dreck bitte. Freunde, jetzt könnt ihr euch nicht verstecken, oh Gott, das hier ist ganz schön hoch. So, liebe Freunde. Gott, das hier ist wirklich nie, das habe ich nie gemacht, hier noch so. Jetzt bin ich wieder an, ich muss gut gucken, wo ich stehe. Liebe Freunde, wir sind eine sehr interaktive Band. Weißt du, versteht ihr mich? Ihr versteht mich gar nicht so richtig, ne? Wenn ich hier stehe, geht's. Wir sind eine sehr interaktive Band und mir wurde eben von den lieben Veranstaltern das Open... Ach Quatsch, Open Flair ist erst nächste Woche. Das Firmasfest passiert, passiert, mindestens genauso schön. Uns wurde gesagt, wir müssen den Circle Pit hier eröffnen. Deswegen, liebe Freunde, weiß irgendjemand von euch, was ein Circle Pit ist? Ja, du, komm mal her. Ich weiß nicht, wer war gestern schon hier? War jemand gestern schon hier? Gab es gestern einen Circle Pit? Dann wird das hier der erste Circle Pit des Tages. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da bist du, komm mal her. Komm mal her, wie ist dein Name? Nico? Nico, du hast gleich die ehrenvolle Aufgabe, den ersten Circle Pit dieses Tages zu starten. Und ich hoffe, Hannover lässt dich nicht im Stich. Renn einfach wie ein Beklopter um mich rum und wir eröffnen den Track. Liebe Freunde, der nächste Song aus Land auf Wege eines und geht so. Renn einfach wie ein Beklopter um mich rum und wir eröffnen den Track. Renn einfach wie ein Beklopter um mich rum und wir eröffnen den Track. Renn einfach wie ein Beklopter um mich rum und wir eröffnen den Track. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017